Superpass! Tor für Leverkusen! Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Das Ding ist nicht so pariert, das kannst du nicht halten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft.